So, heute habe ich mal eine Kanalempfehlung und so ist das Thema ja Lernen und dann gibt es zwei YouTube-Kanäle, die ich zudem sehr gut empfehlen kann. Das eine ist Kurzgesagt und das andere ist In a nutshell. Das ist von den gleichen Macher und die haben einfach auf Deutsch so grossen Erfolge gehabt, also auf Englisch gewechselt sind und jetzt dort auch grosse Erfolge haben. Zweitens grösser. Auf Deutsch haben es so 50-100'000 und auf Englisch haben es mehrere Millionen. Und zwar erklären diese so paar grundlegende Sachen ziemlich gut. Also politisch, wissenschaftlich ja auch immer. Wenn man mal wissen will, wie da mit der Evolution ist, wie da mit dem Sonnensystem ist, war auch immer Klimawandel. Ich habe nicht alle geschaut, aber mehrere und sie sind auch schön zum Anschauen, weil die Animation schön ist. Und sie sind auch anschaulich. Ja. Ihr könnt euch ja mal anschauen. Ich verlinke ihn in der Videobeschreibung. Ist wirklich zu empfehlen. Ja. Ja.